Die Verbrecher bringt dann, wegen der Prügel und Schläge, die ich von meinen Zierhältern und von meiner Mutter kriegt ab. Wenn sie ein bisschen mehr Mutterliebe erfahren hat, dann wird das alles ganz anders gehen. Aber die bösen Eigenschaften, die ist immer mehr rein hier als also geschlagen worden. Immer bin ich ein Haus und Zweiter gewesen. Ich habe immer schon diese Unruhe in meinem Blut gehabt. Wenn ich in Magie gestanden bin, dachte es kocht, mein Blut und dann ist es aufgeschlagen im Kopf. Die Menschen, die sind auch selber viel schuld. Glug nach dem Teufel. Ich selber vor diesem Teufel nie an Angst gehabt, weil ich gewusst habe, dass der Mensch der höchste Teufel ist. Ich habe jetzt wieder charger, kocht. Du hast die Höchste Teufel nicht gesehen, dass tief Teufel nicht Ganze entst�� Untertitelung des ZDF, 2020